hallo und willkommen zu einem kleinen video geobasiswissen in fünf minuten hier geht es heute mal um die genetische klimaklassifikation nach nev ich werde euch zeigen wie so eine klimaklassifikation überhaupt entsteht und was diese einzelnen klimazonen bedeuten und los geht's nach dem intro legen wir erstmal los mit ein paar grundlagen wichtigstes unterscheidungsmerkmal zu anderen klimaklassifikationen ist zunächst dass es sich um eine sogenannte genetische klimaklassifikation handelt das heißt basis sind luftmassen und winde und die einteilung in sogenannte hauptluftmassen geht zurück auf hermann flohn der diesen luftmassen bestimmte druckverhältnisse und windgürtel zuordnet und die wiederum haben dann bestimmte merkmale was die temperatur und auch den niederschlag angeht und flohn unterscheidet in seiner einteilung erstmal vier luftmassen das ist zum einen die arktische beziehungsweise die antarktische luft unterschied zwischen den beiden ist dass die antarktische luft einfach noch mal deutlich kälter ist als die arktische luft aber beide sind relativ kalt und damit auch trocken vorherrschende winde wären dort die polaren ostwinde in der polarluft die ich hier mal grün markiert habe gibt es diese außertropischen westwinde die sommer sind vergleichsweise warm die winter demgegenüber deutlich kälter und es gibt in der zone ganzjährig niederschläge deswegen können wir die als feucht klassifizieren die tropikluft grenzt äquatorwärts daran an ich habe sie hier mal gelb markiert dort haben wir als vorherrschende winde die passatwinde wir haben dort hochdruck gebiete das heißt standardmäßig ist die zone warm und trocken anders als die am äquator befindliche äquatorial luft dort gibt es die äquatorialen westwinde wir können dort die itc finden diese innertropische konvergenz also eine tiefdruckrinne und diese hohen temperaturen bewirken auch im zusammenhang mit diesem tief dass die luft aufsteigt und sich damit niederschläge bilden das heißt diese luftmasse ist ganzjährig warm und feucht jetzt könnte man meinen okay es gibt hier vier luftmassen dann muss es auch vier klimazonen geben aber wer schon mal in die klimaklassifikation rein geschaut hat wird sehen nein das ist hier deutlich mehr es gibt mehr klimazonen wie können wir das erklären basis dafür ist erstmal dass die luftmassen nicht orstfest sind sondern die luftmassen wandern und zwar folgen sie dem zenitstand der sonne ein paar breiten gerade nach norden und ein paar breiten gerade nach süden und ich habe das hier mal als animation vorbereitet wir lassen mal die luftmassen wandern und bevor wir das tun markiere schon mal zwei orte einmal berlin und einmal rom und dann verfolgen wir mal was in diesen beiden orten passiert ich starte mal die animation und wir sehen jetzt wenn bei uns winter wird der zenitstand der sonne also auf die südhalbkugel wechselt dann wandern auch diese ganze luftmassen ein ganzes stück nach süden und wir sind aber auch dass berlin zum beispiel ganzjährig im einfluss der polarluft bleibt während rom einen halbjährigen wechsel der luftmassen zu verzeichnen hat das heißt wenn bei uns sommer ist dann haben wir in rom tropikluft wenn bei uns winter ist dann haben wir in rom die polarluft wir können das ganze noch mal umkehren hier haben wir jetzt die situation im winter und ich starte die animation mal rückwärts und dann lassen wir es bei uns sommer werden und da sehen wir bei rom verändert sich das wieder von der polarluft zur tropikluft in berlin bleibt das ganze immer in der polarluft und was wir jetzt an dem beispiel rom und berlin gesehen haben ist dass es offensichtlich zwei typen von klimazonen gibt und zwar haben wir einmal die sogenannten städtischen klimate in denen haben wir ganzjährig dieselbe luftmasse vorherrschend das wären die polare klimazone mit ganzjährig arktischer beziehungsweise in der antarktis die antarktische luft wir haben die gemäßigte klimazone mit ganzjähriger polarluft das heißt auch in dieser zone sollte es ganzjährig niederschläge geben wir haben dann die passat klimazone mit der tropikluft dort haben wir es ganzjährig warm und trocken und dann haben wir noch das äquatorial klima mit der äquatorial luft dort ist es dann ganzjährig warm und feucht der zweite klimatyp den es gibt das sind die sogenannten alternierenden klimate in den alternierenden klimazonen wechseln sich jeweils benachbarte luftmassen ab und da haben wir zum einen die subpolare klimazone wo sich polarluft im sommer und arktische beziehungsweise antarktische luft im winter abwechseln dann haben wir die sogenannte subtropische klimazone dort haben wir im sommer tropikluft im winter die polarluft und die polarluft im winter sorgt dafür dass es ja auch im winter niederschläge gibt in der zone des tropischen wechselklimas ist es genau andersrum dort haben wir sommerregen weil wir dort im sommer die feuchte äquatorial luft haben und im winter die trockenere tropikluft fassen wir dann die städtischen und die alternierenden klimate zusammen dann kommen wir immerhin schon auf sieben klimazonen die sich rein über die luftmassen erklären lassen wer zum blick in die klimaklassifikation nach nev geworfen hat wird feststellen es gibt noch eine achte klimazone das sogenannte hochgebirgsklima und das ist hier raus aus der rechnung denn das kann man über die luftmassen nicht erklären das hat damit zu tun dass sich mit zunehmender höhe temperaturen und niederschläge völlig unabhängig von den luftmassen verändern dieses phänomen wird als sogenannte hypsometrische formen wandel beschrieben es gibt noch drei weitere kategorien des formen wandels die eine gewisse variabilität der genannten klima merkmal innerhalb der zone beschreiben und zwar immer in abhängigkeit von der lage eines ortes innerhalb der klimazone da spielt eine rolle die geografische breite oder auch die entfernung zum meer oder auch die lage eher am rand des kontinents oder eher im zentrum des kontinents das würde an der stelle jetzt weit führen aber wenn man sich die klassifikation nach nev mal anschaut dann findet man auch diese dinge dort berücksichtigt zum beispiel in der gemäßigten klimazone sehen wir dass es dort eine untergliederung von west nach ost und sogar von nord nach süd noch gibt wenn ich zu dem problem auch noch mal ein video machen soll dann schreibt es mir in die kommentare ansonsten war es das ja erstmal von mir zum problem der klimaklassifikation nach nev an der stelle noch mal der hinweis wenn man hier ein bisschen weiter ins detail reingeht dann wird das auch ein stück weit komplizierter nichtsdestotrotz wenn euch das video gefallen oder irgendwo geholfen hat bei einer sache dann gebt mir da einfach einen daumen hoch vielleicht denkt ihr auch darüber nach den kanal mal zu abonnieren dann verpasst ihr keins der videos mehr die ich hier einstelle ja und ich machen wir uns erstmal wieder einen kaffee